ja hallo meine freunde heute ein ganz kurzes video ist eigentlich nur ein video um euch links zu verlinken und zwar findet ihr unten alle wichtigen links ja ich habe jetzt mittlerweile 86 videos gemacht oder was und es kommen ja jeden tag neue abonnenten dazu deswegen vor allem für die die mich jetzt später abonniert haben nicht seit anfang an dabei sind findet ihr unten die allerwichtigsten videos die ich wirklich euch ans herz lege euch die anzugucken ja das sind elementar wichtige themen von sachen die nicht in der gesellschaft irgendwie ausgetragen werden oder die allgemein bekannt sind ja das sind absolut elementar wichtige themen ich verlinke euch und ich werde das denke ich alle alle 80 videos denke ich ist so ein video ziemlich sinnvoll ich werde euch unten die videos verlinken und so müsst ihr so gesagt ja nicht suchen nach irgendwelchen sachen oder wenn ihr unbedingt wissen wollt ja was hat bis jetzt für videos gemacht welche wichtig sind das ist das perfekte video deswegen das wollte ich euch nur bescheid sagen die wichtigsten videos hier unten in der video beschreibung findet ihr ja guckt ihr euch bitte an diesen super wichtig ich danke euch dafür und schreibt etwas in die kommentare was auch immer und wir sehen uns in den nächsten videos haut rein